Jetzt neu! Das tolle Halbjahresprogramm für den Herbst vom Superstadtführer Bernd Möbs ist da. Wollen Sie wunderschöne Statuen im romantischen Lapidarium sehen? Wollen Sie den eindrucksvollen Musiker Sergio Veseli wundervoll spielen hören? Wollen Sie auf dem Hoppenlauf-Liedhof von verwunschenen Geistern erschreckt werden? Dann melden Sie sich an auf der brandaktuellen Homepage von Bernd Möbs und genießen Sie herrliche, unvergessliche, atemberaubende, unbeschreibliche Stadtführungen im megaschönen Stuttgart.